Kann ich seine Unterlagen sehen? Ähm, tut mir leid, die sind verloren gegangen. Man hat sie mir ausgehändigt, ich hab sie eingepackt und jetzt sind sie spurlos verschwunden. Christine Lati. Noch sind sie uns nicht auf den Fersen, also ruhig bleiben. Judd Hirsch. Wer sind deine Eltern, Tom und Jerry? Martha Plimpton. Ist prima, alle halbe Jahre einen neuen Namen zu haben. River Phoenix. Vor 20 Jahren kämpften seine Eltern für ihre großen Ziele. Erzählt Michael dir irgendetwas über seine alte Schule? Ich bin ein Lügner. Mein Name ist nicht Michael. Meine Eltern sind Arthur und Annie. Tom, mein Gott Annie, und du wirfst das alles weg. Sie haben Ärger mit dem FBI. Wir brechen die Zelte ab, Kinder. Verwischt eure Spur. Dein ganzes Leben lang musste er für ihren Kampf bezahlen. Was tun wir diesen Kindern eigentlich an? Sie waren ihr ganzes Leben lang wie Verbrecher auf der Flucht. Du kannst nicht vor etwas weglaufen, womit du nichts zu tun gehabt hast. Du musst an dein eigenes Leben denken. Ich lass dich da nicht hingehen, weil es dort nicht sicher ist. Sollen wir nicht Autoritäten anzweifeln? Nein, das hast du mir beigebracht. Wir sollten uns freiwillig stellen. Es ist gefährlich für dich und es ist gefährlich für die beiden. Er hat ein Recht auf ein eigenes Leben. Was wird aus uns? Wir brauchen mich. Ich dich auch. Wir können ihn nicht ewig festhalten. Eine Geschichte über Liebe, Aufrichtigkeit und die Suche nach Freiheit. Die Flucht ins Ungewisse. Ein Film von Sidney Lumet.